hier anbauen können. Ja, weil ich weiß genau, wofür das hier alles ist. Das ist bestimmt eine große Grasplantage. Wahrscheinlich diente das hier alles als äh, andersrum. Scheint, er diente Holland als Vorlage. Zack! Nur noch zwei! Wo läuft das Viech denn längs? Ich seh es. Da, die Ohren kommen vor. Daneben ist noch eins. Stirb du! Kaninchen! Ähm, oder auch nicht. Zack! Los, eins muss ich mit dem Schwert erschweren. Ich glaub's nicht. Boah! Böse Seraphim. Böse, böse Seraphim. Einfach so ein kleines, schutzloses Kaninchen töten. und schon wieder woanders längs laufen müssen, weil hier wieder Hecke ist. Oh, Gott, nee! Überall stehen hier Hecken rum. Was zum... Was zum... Hehehe. Ein großer Hase. Nicht schlecht. Hast mich gefunden. Schön! Ich habe extra für dich auch etwas versteckt. Such in Tempel von Tölysium. Es ist klein und oval. Viel Spaß. Ich muss wieder los. Mich um meine 170 Kinder kümmern. Tschüss! Okay, das Viech spricht mit mir. Das ist... Ja. Schon logisch. Wobei, das Viech hätte eher sagen müssen, ich muss zu meinen 160 Kindern. Denn ich habe ja gerade zehn von ihren Kindern abgemurzt. Ja. Danke euch. Hoffen wir mal, dass die Blumen nun in Ruhe gedeihen können. Hm. Also wenn ich so spreche, dann hört sich das nicht gerade sehr freundlich an. Aber egal. Ich kriege Erfahrungspunkte und habe die Quest abgeschlossen. Das ist das, was ich wollte. Das ist das, was ich geleistet habe. Und deswegen können wir im nächsten Part auch weitermachen. Bis dahin wieder mal nette Grüße aus Ankaria und tschüss bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.